Ich kriege ein Besuch. Dann schick da noch ein paar von deinen Schergen. Also, einen pissgelben Schergen. Warum sind wir eigentlich nicht gelb? Wir sind rot. Wir sind immer rot. Oh! Das wird ja richtig interessant hier, so viele wie das sind. Warum stehen die Bogenschütze eigentlich hier oben alle? Die müssen doch hier unten. Die sind ja viel wichtiger. Und aus dem Turm schießen können die ja eh nicht. Idioten. Ja hier, dann helft doch mal mit. Das Gold will ich hier links haben. Das ist mir. Ach nee, das ist gar nicht verbunden. Na egal. Haben wir nicht so nötig. Wir haben nix nötig. Wir schaffen das alles auch so. So, hier, helft mal hier unten mit. Aber schaffen die bald mal da den Handel da rauszuklopfen? Hä? Hey, 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 hey. Jetzt ist langsam mal gut, ne? Die willst du nur noch schicken. Sind mir fast zu viele hier. Machen wir noch ein bisschen Nachschub. Hinterher. Hinterher. Habe ich gerade mal 70. Oh, nicht schlecht. Ist ja schon alles gelagert jetzt. Oh, die sind gelagert. Hier unten. Na ja, gut. 70. Damit kann man leben. So, da kommen ja immer noch so viele. So, langsam reicht's mir aber. Mit euch. Brömer's, Leute. So, der Turm ist auch gleich unser. Da. Da sitzen noch diese doofen Bogenschützen drin. Der Gold der hat. Kein Wunder, dass der so schmächtig ist. Äh, so schmächtig, so mächtig. Der starb, wollte ich erst sagen. So, hauptsächlich halt immer noch Bogenschützen jetzt, was hier rumrennt. Aber das scheint jetzt auch endlich mal seins hier gewesen zu sein. Haben wir jetzt wieder. Oh, 82. Jetzt geht's. Jetzt geht's ab. Jetzt hat er kein Gold mehr und wir haben jetzt so viel. Haha. So, warten wir jetzt hier noch auf die Nachhut. Kann sich ja da versammeln. Bis dahin, wenn wir den Turm ja hier haben. Das sind ja nur Level 1er da. Die werden doch hier gleich aufgespießt haben. Die Gedärme auf dem Boden verteilen. Blutig brutal möchte ich's haben, bitte sehr. So, noch mehr Gold. Schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Und da sind die nächsten. Kommt mal alle mit. Da kommen die noch. Dann kommt ihr mal hierher. Ah, so muss es sein. Keine Chance. Das war aber auch ne miese Verteidigung, was er hier aufgebaut hat. Also ne schlechte meine ich damit. So, noch die restlichen Bogenschützen hier rauskloppen. Ah, da noch einen erwischt von uns. Können wir verkraften. Ui, da kommen ja doch noch ein paar. Mensch, wo rollt ihr die immer her? Oh, jetzt müsste er eigentlich... Hallo, wir haben jetzt 82. Kampfkraft. Ihr müsst ja gar nicht mehr so viel haben. So viel Gold kann er gar nicht mehr haben. Na, siehst du, da gehen die auch schnell zugrunde. Da sieht man jetzt eindeutig, dass das Gold so viel ausmacht. Dann sehen wir mal die Macht des Geldes. Im Prinzip alles Söldner hier. Mehr Geld, besser für Kämpfer. Tja, ja. So, was denn hier? Uff, ist doch kein Stein mehr. Das ist mir jetzt sowas von Ribbe. Kann ja hier oben noch gucken. Ob er was findet. Zack. Hier gab's Kämpfe. Echt unglaublich. Immer diese top aktuellen Nachrichten. So, hier unten staut sich das ja schon wieder. Was soll das denn? Der hat ja zwei Mühlen rumstehen. Ach, das sieht alles so vertraut aus, weil man ja selber eigentlich schon als Römer gespielt hat. Oh. Ach so, hier geht's ja gar nicht. Ach, hier ist ja dann auch Schluss. Jetzt seh ich das erst. Gab's doch diese dünne Stelle hier? Hätten wir auch bis hier unten fast vordringen können. So, dann hier mal hinterher hier. Wo ist denn jetzt hier überall noch was? Die rennen hier überall rum? Wisst ihr, wo es lang geht? Ach ne, die rennen wir dem einen Typen hinterher. Ah, war ja klar, hätte ich mir auch denken können. So, die nächsten paar. Bitte hier lang. Und ihr seid auch endlich fertig. Na, Gott sei Dank. Dann könnt ihr hier unten weitermachen. Vielleicht können wir ja unser Gebiet anstöpseln. So, die rennen hier überall schon rum. Bin noch nicht mal den großen Trommier in der Mitte eingenommen, aber schon außenrum alles, ne? Typisch. Ach, hier hinten ist noch was. Ne, dann kommt mal hier zurück. Das schafft ihr doch nicht. Im Leben. Zu viele Nah-, äh, Fernkämpfer. Ach, zu wenig. Nahkämpfer. Komm, jetzt sammeln wir uns alle mal hier in der Mitte. Beim großen Turm. Obwohl, ihr könnt euch hier sammeln. Und dann nehmen wir den hinten ein. So machen wir das. Auf geht's. Habe ich auch. Woha. So. Hier, der da. Und ihr paar Hanseln. Hallo, ich brauche mal ein paar Nahkämpfer. Oh, nur Bogenschützen. So ein Scheiß. Dann geht man hier rein. Sonst gehen schon wieder die Nahkämpfer aus. Was für ein Scheiß. Dann müsste ich mal wieder die Rate der Bogenschützen senken. Dem hier auch. Achso, das Geld weltweit. Okay. Ja, dann, äh, wo sind denn hier noch? Na, du, da oben. Komm mal hier runter. Wo sind denn die anderen hin? Hier waren doch eben noch so viele. Huch. Da ist schon die alle. Löffet immer hier unten an. Den Turm könnt ihr dann noch einnehmen. Achso, das war der Schmied und kein Kampf. Aha. Gut, jetzt hier. Neue Soldaten. Immer noch. Wunderbar. Wunderbar. So, den einen Turm dann noch. Das fällt da doch wehkriegen. Leute, stellt euch nicht so an. Was ist das jetzt hier? Ja, geht doch. Den dann noch. Hier haben wir. Wunderprächtig. Ach, nur noch ein Nahkämpfer. Na dann, ihr beiden. Zu viele Bogenschützen. Hier, nur Bogenschützen. Hier, da, weiter. Ja, geht denn das hier noch? So, können wir hier noch ein bisschen zaubern? Ja, schön. Oh, wunderbar. So muss das sein. 87% sind wir jetzt schon. Hammer. Hammer. Mehr. Gut. Hier, mehr Nahkämpfer. Toll, toll, toll. Darf ich mal da hinten an? Und dann ist es ja da noch der Turm. Hier hinten ist noch einer anscheinend. Haben wir hier noch Nahkämpfer? Ein. Hm. Hm. Doof. Dann müsst ihr das hier mit, äh, ihr beide müsst das jetzt da schaffen. Koste ist, was es wolle. Und dann wird noch ein Turm sein, schätze ich mal. Ein paar kommen hier noch. Können hier unten warten. Dann geht's dann nachher an den großen Turm. So, hier noch ran. Alle, die hier rumstehen. So. So, 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 so. Hier noch mehr. Achso, wir haben ja jetzt da Waffen gezaubert. Und jetzt haben wir, wunderbar, nur noch einer. Und der ist wahrscheinlich auch noch angeschlagen. Wo ist denn der? Der da. Ne, dem geht's gut. Hoffentlich ist das hier der letzte Turm. Sieht ganz danach aus. Noch zwei Bogenschützen. Mann. Braucht auch keiner jetzt. Nicht zu viel hergestellt. Also, wirep& Kuhn. Unter cuid. Wichen. Woh. Was. Was. Woh. Woh.